Entweder warme Finger oder Handy bedienen. Beides gleichzeitig sieht normalerweise so aus. Aber mit leitfähigem Garn aus dem Internet. Für circa 5 Euro wird jeder normale Handschuh touchscreenfähig. Man muss noch nicht mal besonders ordentlich nähen. Hauptsache der Faden kommt an mehreren Stellen auch auf der Innenseite des Handschuhs an. Denn nur wenn das Garn die Haut berührt, funktioniert es. Für Fingerspitzengefühl auf Tablets lohnt es sich auch auf Mittelfinger und Daumen ein leitendes Feld aufzunähen. Klappt übrigens auch mit Vlies und Lederhandschuhen.